hallo in diesem video zeige ich dir wie du bei videos auf youtube so genannte sprungmarken einbauen kannst ich nehme mal hier die aufzeichnung von dem gab es so dann gehe ich das hier so und hier unten kann ich ja alles mögliche rein schreiben da werde ich dann normalerweise dann auch diese sprungmarken rein und hier rechts kann ich dann schauen wann wo was ist es reicht eigentlich wenn ich hier ich fange einfach jetzt mal 0 die zeit rein schreibe so ich weiß noch was wir als erstes gemacht haben ich zeige es jetzt erstmal nur an zwei beispielen oder an dreien weil das sonst zu lange dauert so dann sage ich jetzt einfach mal 3 minuten 40 vorstellung trainerin dann machen wir noch 1 da frage ich was ab da steht ja dann immer die zeit sechs minuten so das reicht jetzt erstmal und wenn ich das dann jetzt hier kann ich auch hier speichern und auf das video gehen und das ist dann eben was die teilnehmenden sehen gut der ton ist noch stumm so dann können die nämlich hier zack dahin springen oder hier zack umfrage auf dem whiteboard das finde ich natürlich total praktisch ich werde das jetzt gleich auch noch vervollständigen weil gerade bei so einem langen webinar wo ich eben ganz viel methoden zeige lohnt sich das und dann können direkt dahin springen und noch mal gucken wie ging die methode oder ja also ganz einfach es ist ein bisschen fleißarbeit aber ich denke eure teilnehmenden werden es euch danken okay tschüss viel spaß